Wir kommen jetzt zu einer neuen Rubrik. Sag doch mal, ein Mitspieler von dir möchte dir gerne eine Frage stellen. Hallo Roman, ich wollte dir eine Frage stellen und zwar wollte ich fragen, wie es denn mit deinen grauen Haaren aussieht. Ich habe schon das Öftere mal welche gesehen bei dir, dann sehe ich sie das nächste Mal wieder nicht mehr. Könnte es sein, dass du da färbst oder sagst du dir, du willst sie wachsen lassen, dass du interessanter ausziehst? Gib doch allen, ich glaube, das interessiert alle, gib doch allen mal eine Antwort drauf und ja, ich bin gespannt. Hau rein! Das ist eine absolute Frechheit. Also da gibt es keine grauen Haare, da kannst du gut nachschauen. Also wir waren, ich weiß nicht mehr genau, wo das war, wie wir saßen und dann sagte er plötzlich, du hast da graue Haare und ich so, was, ach was. Und dann hat es so, ist es so vor, also doch, doch und so und dann haben die anderen geschaut, so nein, du hast keine grauen Haare, das ist vom Licht. Und er war hundertprozentig überzeugt, dass ich graue Haare hatte, aber ich habe sie auch nie gefunden. Aber das scheint ihn noch immer zu beschäftigen. Ja, so wie es aussieht. Also ich glaube, der hat lange darüber nachgedacht, was er mir hier fragen könnte, weil ich da letztes Mal ihn sowas gefragt habe, das ihm ein bisschen peinlich war vielleicht.